Unterwegs im Lenneralter, auf dem Damgejammel, Blick zum Ruscheduné, der sich auf dem Passiv-Media-Perin. In der Ferne grüssen die Bernranden, teilweise sichtbar, Eiger-Mönch. Wir sehen uns auf den Fórums, Blick in den Schott grüssen, mit der Vanilla-Gruppe. Blick hier in den Jura. Blick auf den Akrömer, sehr fantastisch. Wir wünschen allen Gute. Bis zum nächsten Mal.